So, ok. Echt keine Gegner mehr? War doch so, dass die zig Gegner gewesen sind, äh. Geht mir halt auch gerade darum, diese ganzen komischen Feindestechniken alle zu lernen. Die ist einfach nichts. War nicht schlecht. Kein einzelner Gegner hier. Nicht einer. Nur so. Ok. Schon ein bisschen seltsam. So. 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 Hey Cloud! Hm, muss man sich einer der verletzten Kinder sein. Verletzten? Wer sagte wir verletzten, schlusserter Mann? Was hast du gesagt? Was machst du hier? Und wo ist alle anderen? Wir sahen ein paar Töbste, die auf dem Boden liegen. Also haben wir entschieden, sie zurück zu stehen. Und dann hörte ich die Lachen, die von irgendwoher kommen. Und als ich umgekehrte, war alle weg. Es ist weg. Die Geisterkinder schon wieder vom Bahnhof waren. Das! Ich hörte das, und alle verletzten! Oh! Ähm... Den halt nicht, wa? Den halt nicht, wa? Die lassen sich nicht analysieren, ey! Ja! Ja! Ich hab' die Fertigkeit Geistersug gelernt, alles klar. Konto ist ein Reflekt mit Barriere-Durchbruch. Okay. Um einen Schock für euch zu machen. Feindtechniker lernen, da. Habe ich wenigstens die zweite Feindtechnik bekommen. Ein paranormales Wesen, das auf dem Eisenbahnfriedhof herumtun. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Geist, der vor lauter Hass auf die Menschen schwarz angelaufen ist. Es wird vorübergehend streichen, die immer harmlos enden, weil seine Motive ist nicht bekannt. Boah, die sind ganz schön... The other. Ja. Genau. Mann, das geht, oli, Mann. Was hast du denn gemacht? Na, das geht, Mann. Die sind ja genau. Ah! Ja genau! Ne, die sind ja genau! eine schussattacke benutzen mit eine schussattacke benutzen ohne schusswaffe alles klar bro und was sind die dinge anfällig? ach gegen feuer, alles klar, los super schweig 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 Das war's für heute. Ja, es ging ja mal wieder richtig in die Hose, oder? Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja. Ja. Ja, das hätte man besser regeln können. Wenn ich da jetzt schon gegen so eine Gegner abkacke, ey. Ich weiß nicht, wie es später ist. Gegen so super Boss Sachen, die wahrscheinlich auftauchen werden, ne? Ja. Ja. Ja, das war's für heute. 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 Ja. 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 Da musste ich eigentlich nur langweilig, weil das Tor nicht offen gewesen ist beim letzten Mal. How to Zeit verschwenden, ne? Na, wenn es weiter nichts ist. Miau, miau. Na? Riesen Hühnchen. Oh! Huch! Das ist ein fliegendes Wesen, das in den Slums und Sektor 5 bei ihm hat und über magische Kräfte verfügt. Es äußert Neugierde und sammelt gerne Schmuck und andere glitzernde Dinge. Und das Kampf ist gar nicht zu dem Finstermodus wechseln, in dem sämtliche Magieattacken absorbiert. Der Modus wird beendet, wenn du ihm eine bestimmte Schadensmenge zukommst. Während es Gravitas wirkt. Und wenn der Finstermodus endet, lässt sich ja eine Weile lang gleich schockfällig machen. Geil. Ja! Na? Ja! Na? Ja! 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 Die, die sind wegge quer. Dr qua german. Bring us! Ja, das ist super. na super wie soll ich das denn bitteschön schaffen so so after you Ja, super. Geheilt damit. Geheil, Digga. Äh, Gravitas ist aber schon echt ein absolut ekliger Zauber, wirklich. Geheil, Digga. Geheil, Digga. Ich hoffe, du bist bereit. Das war's. Ja. Ach. Ja. 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 Na, ja. Bist du比如. Geheil, Digga. Das ist sinnvoll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, Okay, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Gehe ich erstmal da durch. Die übelsten Kampf-Max. Nur Einstieg haben wir hier. Ausstieg haben wir nicht. Oh, das habe ich jetzt nicht. Oh. Hey, nichts, was du überraschst. Nicht ein bisschen. Bring es. Was ist das? Ich verstehe aber immer noch nicht, was für eine Attacke das ist, die er da lernt. Das ist mitunter auch gerade das Schlimmste. Weil eine Attacke muss ich von dem 4 irgendwie lernen, aber ich weiß nicht wie. Das ist halt die ganze Zeit, wo ich diesen Smog-Kram einsetze. Weil ich jetzt auch nicht weiß, ob ich die Attacke von dem Ding eigentlich schon habe. Oder ob jedes Ding seine eigene hat. Das halt nicht dasteht. Ich wollte lieber mal abspeichern. Bescheuert, wegen 100 Punkten benutze ich einen Supertrank. Das war jetzt auch nicht unbedingt meine beste Idee. Das haben wir mal gespeichert haben wir ja. Das letzte Mal, wo ich hier reingerannt bin, hat mich ein Gegend da richtig übel platt gemacht. Oh. Hey there, Mark. Brought some friends today, I see. Name's Miray. Cloud and me, we... Well, let's just say we're recent acquaintances. Was machst du hier? Das gleiche ist wie du, wenn ich es hätte. Halt für Don Cornello's fortune. Wie wirst du das wissen? Haha, ich liebe nichts mehr als eine gute Ruhmung. Aber ich habe mich selbst entschieden. Ich liebe dich, aber es ist nicht hier. Wenn der Engel des Slums zu erinnern ist, dann denke ich, dass die Gille so gut ist wie weg. Das klingt wie eine rechtliche Entschuldigung. Aber du weißt, das ist nicht die Ruhmung, die die Ruhmung machte. Du und mich kurz kurz. Eine Frage. Hypothetically, wenn du dich geschafft hast, auf dieses Trezember, was würdest du damit machen? Easy. Sicher, dass die Leute von Sektor 7 hatten die Möglichkeit, um zurück zu sein. Das ist das. Wir würden uns diese Gille zu verbessern, um die Leben von allen hier unten zu verbessern. Hmm. Right, zurück zu diesem Ruhmung. Die Sprache auf der Straße sagt, dass die Engel nicht die Schlüssel hat. Wenn du die ganze Geschichte hast, spreche mit Kyrie. Sie vielleicht ist jung, aber sie weiß alles über alle. Sie ist leicht zu sehen, auch. Stripe, stocking, big hat. Die Mädchen nicht genau passt. Wo ist sie? Oh, wer weiß. Ich bin zu alt, um mit den Kindern ihre Jahre zu halten. Sie verstehen. Das ist doch die gewesen, die die komischen Gerüchte da verteilt hat. Sind wir jetzt zu Kornios? Schatzkammer. Okay. Ja, ich weiß ja wo die Schatzkammern sind. Halbwegs. Das ist so ein Kornioskopf. So pinkeln, ey. Ich bin normal. Ah, nochmal, okay. Ja. Habe ich die Attacke erlernte Feindtechnik? Ne, habe ich es noch nicht. Feindtechnik erlernte, aber was denn für eine? Selbstzerstörung, hat er die nicht schon? Ach, wahrscheinlich wird es das sein. Ich glaube Selbstzerstörung kann Barrett schon. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hat es richtig gebracht, wie es wieder mal aussah, oder? Okay, jetzt bin ich einfach nur auf der anderen Seite nochmal, aber hier sollte der komische Schatz von dem Typen sein, das weiß ich ja, und einer ist definitiv auch unten in der Kanalisation. Bis zum nächsten Mal. Auch so viele leere Ecken, wo es nicht gibt, ähm, okay, obwohl es zumindest gab ja mal da was. Da gab es ja, glaube ich, mal einen Auftrag oder so, aber dass er jetzt halt nicht mal mehr entgegen ist, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Huch! We make a decent team. Hä, 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 hä. Who would have thought of? Oh, Johnny.